Liebe Sternschnuppen-User, ihr seid gerade auf unserer Homepage. Ihr habt den richtigen Klick zur richtigen Zeit gesetzt. Und ihr dürft wieder live zugegen sein, wenn wir wieder eine Radiosendung für euch produzieren. Auf O1, auf 106,5 via terrestrische Antenne und auf 92,75 im Kabelnet und via Livestream auf o1.de. Und wir suchen und finden für euch immer wieder interessante Menschen aus der Umgebung, auch Künstler und Musiker. Neben mir sitzt eine solche. Das ist Sabine Hermanns aus Hude. Hallo Sabine. Hallo. Und Sabine wird am 6.8. bei uns live im Studio zu Gast sein. Wir werden dort unter anderem über ihre aktuellen Projekte sprechen. Und ich freue mich da jetzt schon riesig drauf. Und damit ihr wisst, was sie so macht, spielt sie uns jetzt ein paar Zeilen. Und dann, bis zu 2.5 Uhr. Und dann, bis zu 3.3. bei uns in Spanisch an.